Ich hab's gemacht. Auch ich hab's gemacht. Und ich. Ich auch. Auch ich hab's gemacht. Ich hab lang dafür gebraucht. Zuerst hab ich gedacht, das pack ich nie. Wenn du's kannst, dann ist es ein Teil von dir. Sowas klappt einfach nicht von Anfang an. Ja. Sowas braucht auch Mut. Und Ehrgeiz. Sowas braucht Willenskraft und Ausdauer. Disziplin. Und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Alles beginnt mit einem ersten Schritt. Du musst einfach losgehen. Und weitergehen. Schritt für Schritt. Und wenn du anfängst, ziehen vielleicht andere nach. Wir alle haben irgendwann mal Deutsch gelernt. Auf die eine. Oder auf die andere Art. Jeder von uns hat dadurch viel gewonnen. Jeder von uns. Sowas lohnt sich. Immer. Ja. Lohnt sich. Auch für dich. Sei nicht sprachlos. Sprich aus, was du denkst. Und was du fühlst. Lern auch du Deutsch. Deutsch ist Rock'n'Roll. Sei mutig. Mach Deutsch zu deiner Sprache. Das schaffst du auch. Mach es. Denn auch du hast was zu sagen. Jeder hat etwas zu sagen. Ich sag's auf Deutsch. Sag's auf Deutsch. Eine Initiative von RTL.